Hallo, 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 hallo. Schönen guten Abend. Mein Name ist Geryon. Ich komme aus Köln. Ich bin seit der dritten Mahnwache dort am Start. Heute auch mal in Wien. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Also schön, dass Sie hier sind. Ich habe es schön hier. Hallo Wien. Also ich habe irgendwie angefangen, bei Mahnwache aktiv zu sein. Ich bin Plattformbauer, deswegen ich rede sehr viel, ich rede sehr gerne. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass es mir keinen wirklichen Spaß macht, reden zu halten. Allerdings rede ich gerne mit Menschen. Und deswegen versuche ich es auch irgendwie so zu machen, dass ich mit dir und dir und dir und dir reden kann. Also deswegen habe ich gedacht, erzähle ich erst mal ein bisschen was von mir, damit du weißt, wer ich bin. Nun, ich habe in Deutschland mein Abitur gemacht und danach wollte ich unbedingt Psychologie studieren. Ich war nach meinem Abitur in Israel. Ich habe in Ramallah gearbeitet, im Öt-Institut. Ich habe mir die Kehrseite unseres Wohlstandes mal auf den eigenen Augen angeschaut. Es ist das eine zu lesen, dass Menschen Menschen töten. Es ist was anderes, weil du zu fragen, magst du wirklich alle Palästinenser töten? Und dann jemand sagt, ja, möchte ich wirklich. Ich möchte die wirklich alle töten. Und dann Palästinenser kennenzulernen, die halt sagen, von wegen, ja, ey, Hitler war irgendwie doch ein bisschen gut. Ja, hätte die anderen nicht auch ein bisschen abmalen können? Und du denkst so, was, was sagst du dann? Wie kannst du? Und trotzdem überall wundervolle Menschen kennenlernen. Das macht einen guten Meinung. Nun, danach wollte ich irgendwie das verstehen lernen. Ich wollte wissen, wie die Menschen sowas tun können, weil ich weigere mich zu glauben, dass das, was sie tun, einen Rückschluss zulässt auf den Wesen des Menschen. Sie verhalten sich so, aber so ist nicht die menschliche Natur. Glaube ich nicht. Also wollte ich das verstehen. Und dann habe ich mir gedacht, das Physiologie studieren ist doch, das war ja ganz, vielleicht ganz gut. Und habe das gemacht, vier Semester lang hier in Wien. Ich habe hier in der Nähe geworben, im Vizirasten, so einem sozialen Wohnprojekt. Ich habe hier in Aktivistengruppen mich mitgemacht. Ich habe sogar schon mal hier in der Rede gehalten. Genau, ich habe, also, das waren eigentlich genau drei Gründe, weswegen ich Wien wirklich lieben gelernt habe. Einmal, ich praktiziere den Buddhismus. Ich würde mich nicht als Buddhist bezeichnen, aber ich praktiziere den Buddhismus. Das war also für mich ein sehr, sehr schöner Weg, in mich hineinzuführen. Und was ich da erfahren habe, wie sehr Leben verbunden ist, da habe ich mir gedacht, das muss ich doch auch irgendwie Experimentalpsychologen erklären können. Ich meine, ich studiere das ja immerhin. Und habe mich in einem Symposium für Bewusstsein ein Jahr lang betätigt und habe immer wieder auf Vorträge gehalten, mich wirklich viele Materien reingearbeitet und habe nach knapp einem Jahr es geschafft, all eins Bewusstsein für Experimentalpsychologen so zu erklären, dass sie zumindest sagen, ja, doch, klingt nachvollziehbar. Und ein paar Tage später saßen die alle zusammen, also wirklich alle zusammen, bei mir und meinem Zimmer, wir haben zusammen meditiert. Ist ja schön. Das hat aber zum anderen, also für diese Erfahrung, die waren für mich selber sehr wichtig, dass ich mir das selber erklären kann. Ich habe keinen Wahrheitsanspruch, ich habe nichts zu verkaufen, ich kann keinen Menschen erklären, wie man das Leben zu führen hat, aber ich für mich selber würde das gerne verstanden haben. Das habe ich hier in den Weg geschafft, dafür bin ich das schon mal ziemlich dankbar. Zum anderen habe ich hier meine Erfahrungen gesammelt in Aktivistenkreisen, wie man in Gruppen diskutiert, wie man zusammen Aktionen macht, wie man sich auch in Aktionen immer wieder darauf besinnt, gemeinsam zu sein für eine Sache. Nicht für eine Sache, nicht gegen eine Sache. Das habe ich hier angefangen zu lernen. Und drittens natürlich, nee klar, die Architektur, was für eine geile Stadt ist denn das? Also es ist ein ganz großer Unterschied, heute zu bauen, weil man eine Kunst machen möchte, weil man wirklich Leidenschaft hat und nicht etwas baut, wo man denkt, ja, da unten kann man wohnen. Also das ist ein Unterschied, das sieht man hier in Wien und König ganz deutlich. Nun, das ist aber einer der Gründe, warum ich hier bin und eigentlich würde ich mich darauf interessieren, warum du hier bist. Warum bist du eigentlich hier? Nun, ich habe in Köln manchmal das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, vielleicht ist es dir hier auch so gegangen, vielleicht hätte ich es auch schon beobachten können, dass es manche Leute gibt, die hier hinkommen und sich sagen von wegen, hey, ich bin einmal die Woche auf der Mahnwache, deswegen bin ich mega der Friedensaktivist und kann mich über alle Leute lustig machen, wenn ich da nicht begriffen habe. Ja, vielleicht ist man deswegen hier. Vielleicht ist man auch wirklich nicht nur aus Ego-Gründen, sondern auch hier, weil man wirklich was im Herzen hat, warum man das hier nutzen möchte als Platzform. Weil man irgendwie nicht das Gefühl haben möchte, mit den Leuten alleine zu sein. Weil, ey, stopp mal kurz, irgendwer hat gerade versucht, den Krieg mit Russland zu provozieren. Das hat nukleare Sprengkräfte.